Freunde, was geht ab? Hier ist der Calvin. Es ist Samstag. Ich bin mal wieder mit dem Bike unterwegs und schaut mal, wo ich gerade bin. Ich drehe mal die Kamera. Ich habe gerade einen echt schönen Spot gefunden. Ich muss aber auch dazu sagen, er sieht hier auf Video wahrscheinlich toller aus, wie er ist. Es ist ja schon irgendwie schmutzig. Und die ein oder andere Stechmücke ist hier mit Sicherheit auch unterwegs. Aber es ist aus dem Grund ein schöner Spot, weil ich jetzt hier ein paar Bilder machen werde. Und das ist für Fotografen natürlich schon so ein bisschen Jackpot. So ein stillgelegtes, verrümpeltes Boot und dann hier das Wasser. Dann noch ein paar Äste im Vordergrund. Das sieht so ein bisschen aus, wenn ich mir das Ganze hingelegt hätte. Habe ich aber nicht. Und da werde ich jetzt ein paar coole Bilder machen. Und ich zeige euch mal, wie das am Telefon schon aussieht, wenn man zum Beispiel auch den natürlichen Rahmen mit einbezieht, den ich hier habe. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Hinter mir ist ja wie ein großes Loch hier außenrum. Und das kann ich ja als natürlichen Rahmen nehmen. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz am Telefon. Da gibt es hier noch einen kleinen Fotografie-Tipp. Weil ich versuche wirklich immer überall einen natürlichen Rahmen zu schaffen, sehr viel auf die Linienführung zu achten. Also, wir sehen das hier schon fast auf der Kamera. Die Bäume, der Boden, gibt alles den natürlichen Rahmen. Und jetzt gehe ich hier hin. Und im iPhone im neuen hier habe ich jetzt auch so eine Weitwinkellinse. Das sieht man jetzt schon in etwa, wie das aussieht. Boom. So. Das war jetzt fast gut, das Bild. Bestimmt ein bisschen verwackelt. Aber mir ging es ja nur darum, euch das mal zu zeigen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute unterwegs bin mit dem Fahrrad. Ich habe das neulich mal auf Instagram erklärt. oder ich glaube, es war Facebook. Ich habe so zwei Gründe, warum ich mit dem Fahrrad losziehe. Einmal Learn & Burn und einmal Fotobiking. Und ich unterscheide auch wirklich, Freunde. Wenn ich zum Beispiel Learn & Burn mache, fahre ich mit dem Fahrrad auf Puls. Das heißt, mit dem E-Bike versuche ich auf 23 Durchschnittskmh zu kommen. Das ist nicht so einfach, weil man im oberen Bereich nicht mehr groß unterstützt wird. Und dann ziehe ich es auch durch, mache wenig Pausen und versuche dann so auf, keine Ahnung, meine 600, 700 Kalorien zu kommen, die ich verbrenne. 100er Pulsbereich etwa, 110. Also da achte ich ein bisschen drauf. Burn, Kalorien verbrennen. Und Learn aus dem Grund, weil ich dann immer noch ein Hörbuch dabei höre. Und zwar meistens ein Hörbuch zum Thema Weiterbildung. Wenn ich jetzt Fotobiken gehe, bin ich auch mit dem Fahrrad unterwegs. Ich war aber sehr langsam. Halt hier und da, suche Perspektiven, beobachte viel mehr die Umgebung. Und dann versuche ich tolle Bilder zu machen. Manchmal mit dem iPhone. Heute habe ich aber meine volle Canon-Ausrüstung dabei, weil vorhin waren auch so Wildschweine. Es gibt hier Störche, Rehe, Hasen. Und da will ich gleich auch hier und da mal die Chance nutzen. Dann höre ich auch Hörbuch. Manchmal eine Weiterbildung, aber sehr oft auch irgendwie eine Story. Ich höre jetzt gerade eine Empfehlung von Ben Watara. Replay heißt das, glaube ich. Das ist so ein bisschen Roman. Da geht es so um Parallelwelten, Schicksal und so. Das höre ich gerade. Genau. Und jetzt mache ich hier noch einen kurzen Break und schaue, dass ich hier ein paar coole Bilder mache. Alle meine Strecken findet ihr ja auf Komoot. Also ich tracke alles. Das heißt, hier sieht man das jetzt auch. Im Hintergrund läuft das Navi mit. Danach fahre ich. Ich habe jetzt noch 21,4 Kilometer. Eineinhalb Stunden, wenn ich das anhalten würde. Restfahrzeit noch. Genau. Also ich wollte mich ganz kurz melden. Das ist Stand der Dinge. Die nächsten paar Tage werde ich kein Fahrradfahren gehen. Erstens mal soll es gewittern. Morgen und übermorgen. Und dann sind zwei Masterminds von der Academy in Landau im Kino. Danach bin ich dann in Berchtesgaden ein Wochenende. Das heißt, ich komme wahrscheinlich erst wieder nächste Woche so richtig dazu, mit dem Fahrrad loszuziehen. Genau. Aber erst mal liebe Grüße an der Stelle und wir sehen uns morgen wieder hier auf diesem Kanal.